Guten Morgen zusammen. Mal schauen, was heute wieder ansteht. Das Ausseepark, die wollen den Wagen umstellen. Das ist jetzt gerade die davon in dem Moment. Also, gehen wir. Gehen wir. Ich habe die Ausbildung als Telematiker gemacht. Und seit dem letzten September bin ich ein Teil vom Team. Ich schätze den Support von Ihnen, dass Sie im Hintergrund alles Mögliche umsetzen, dass meine Kundinnen und Kunden einwandfrei bei uns einkaufen können. Stromkabel sehe ich nicht. Dann würde ich nachher die Bühne halten. Wir ergänzen uns eigentlich sehr gut. Er ist der technisch versierte, vor allem als Netzwerkssachen. Und ich bin der, der vor allem mit dem. Mit dem Thomas zu arbeiten, ist einfach Gold wert für mich. Er hat ja schon mit mir gelangt, wie der Mirko arbeitet, und ich nur davon bin, von seinem Wissen her. Generation Z. Wir sind sehr affiner auf die ganzen neuen elektronischen Mitteln. Vor 40 Jahren ein Abteil. So einen Koffer mitschleppen und jetzt hast du alles wirklich im Hänge gehen. Also ich finde meine Arbeit schon wichtig, dass ich als Netzwerk betreue, von 8 Filialen, die am Netzwerk hängen. Und wenn etwas ist, dann können die Kunden nicht mehr einkaufen. Am Field Service Supporter Job fasziniert mich die Vielfältigkeit, in dem Sinne, dass ich in vielen Stellen in der Filiale der Migros bin, vom Denner. Jede Aufgabe, die ich bekomme, ist anders. Ich komme mit vielen Menschen in Kontakt. Das ist eben spannend, an meinem Job. Auch die Waage verschieden. Wir haben neue Komponenten hineingeschubbt, weil wir hier zu wenig Anschliessen hatten. So hinten habe ich das Herzstück dieser Filiale. Das ist der ganze Datenaustausch. Alle Wagen, alle Subitur Geräte, alle Kassen, alle Zahltermine dieser Filiale. Wenn das nicht mehr läuft, dann können wir auch nicht Artikel verkaufen. Ist er fertig? Wo haben wir umgestellt? Dann gehen wir noch zu denen und dann werfen wir uns aus. ein paar Fetten. Tschöne. 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 Schauen wir mal, was die Anstörung ist, was ihr.